Hallihalleschön und herzlich Willkommen zurück zu Outlast Muscle Blower. Lang, lang ist er, dass ich das gespielt hab. Und wir haben es gerade so 10 vor halb 2. Ich bin leider auch nicht ganz für den Dezenten Usten hab ich noch. Und ich weiß nicht wo ich hin muss, ich weiß nicht von wo ich gekommen bin und wo ich hin muss. Und wie hier überhaupt die Steuerung funktioniert. Hab ich alles vergessen, alles. Gibt's hier irgendwas? Nein. Da geht's nicht weiter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo muss ich hier lang? Wo muss ich hier lang? Oh, ich hab keine Schwanne. Naja. Äh. Gehen wir mal hier lang. Oh, da geht's durch, da geht's durch. Dann geht's durch. Juhu. Ich glaub ich nicht, ich hab sie zu. Ne, 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 machen wir lieber auf. Hallo Okay, hier geht's weiter Ich weiß nicht, ob ich von hier gekommen bin oder von woanders Keine Ahnung Wenn ich mal irgendwie hier ein bisschen durchstehen bleibe, dann drehe ich gerade meine Mischpulte runter, weil ich dann vielleicht scheinlich am Husten bin Das wirst du ja nicht unbedingt mitbekommen Und ja Ich mag es natürlich auch richtig, macht ohne Licht Ich habe wirklich Licht nur vom zweiten Monitor Noch Aber Ich pölle palle Kann mir jemand jagen, wo ich lang muss? Bitteschön Oh Wo kommt der her? Wo komme ich denn? Du ja, Kollege Hä? Du, 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 du Das habe ich eben nicht mitbekommen, mein Freund Lauf ich hier richtig Geht nicht aus Treppe Ah, bitte möchtest du da jetzt kommen Leil Leil Äh Mir schwammt nix Gutes Haben die Mariten? Ne, die haben mich auch Ja, komm Kollege Die Tür ist kaputt Ich kann hier nicht Q machen Ah, jetzt Hä? Äh Hallo Ja Ja Äh Ah Vor allem ist das Schlimme Ich habe euch alles vernebelt Kann ich hier Schichtmusik Ah Verstehen zwei Blind Entschuldigung Ich bin ja nicht Aiiiiiiiittt AAAAAH! Oh! Alter... fuck! Hu hu hu! Alter! Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh AAAAAH! Ja, gut, äh, äh, lass mich durch, aber warum, kletter hoch, da, kletter hoch, kletter hoch, kletter hoch. Ah, Speicherort, ah, alter, Vater, macht doch sowas nicht mit meinem armen Herz, ey, hat, boah, ja, ja, komm, hier, bla, 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 Notizen, lese ich zwar sowieso nicht, ist mir aber egal. Ah, Alter, wir haben gerade, oh Mann, ey, jetzt kann jemand während hier, ey. Dann gucken wir vielleicht irgendwann mal mit Festkamera, wirks noch nicht. Abgeschlossen. Da geht's hoch. Ich hoffe auch, dass ich nicht allzu stark übersteuere. Aber, hab ich noch einen schönen Knopf, den drehe ich einfach noch ein bisschen runter. Und dann hoffe ich, dass ich gar nicht mehr so laut... Ich hoffe, dass ich nicht auch... Ich hoffe, dass ich nicht so gut war. Kuckuck. Kuckuck. Hallo. Hi. Na? Ich hoffe, dass ich hier so passt. Oh, der... batterie batterie im ort wo ich sowieso neblig ist bescheid gar nicht mhm habt ihr... alter vater ja ist egal ich muss gleich mal bei steam noch mich als offline anzeigen lassen na, wollen wir es probieren da gehts durch ich gibts hier noch irgendwas was machst du mit mir was machst du mit mir du kannst geht sofort weiter da geht weiter licht bitte danke das ding hat er zerstört das geht das das ist das ist das 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 ist das das wie der arsch steinfahr mal die türk zugemacht hat das ist ist das